Ein Schlag auf mich, also auf meine Körpermitte, oder allenfalls oben in Ihrem Hungar dünn das ja unterteilen, ist sehr gefährlich. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Seaver. Selbstverständlich haben wir eine Lösung dafür. Wir führen das Ganze im Kreis. Das heisst, ich nehme es hier, WarnQ, hier eins, zwei, und jetzt kann ich hier gerade wieder rein. Ich fixiere ihn mit meinem Fuss, so dass er nicht mehr weg kann. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, zum Gerade reinzugehen. Das hier erfordert die G-Sau. Das heisst, ich muss die Energie, die er hier bringt, nehmen. Und dann kann ich hier rein. Sehr schnell, sehr effizient, braucht ein bisschen die Fertigkeit, um die Energie, die kommt, mit G-Sau zu führen. Aber dann kommt das ganz gut. Willst du noch mehr coole Techniken? Du auch schon schauen. Ich hoffe es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link fürs E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren. Und natürlich die Glocke nicht vergessen.